Willkommen zu unserem Podcast Psychogeflüster für Cyclebreaker, Scheiße, Glitzer und Bewusstsein für eine neue Elterngeneration. Ich bin Alexandra Köhler. Und ich bin Philipp Ruhland. Hallo Alex. Hallo Philipp. Heute ein Q&A zu Hörerfragen. Genau, ich habe eine Frage mitgebracht einer Hörerin und ich habe gerade schon gesagt, ganz kurz im Vorgespräch, da wirst du viel zu zu sagen haben. Ich freue mich drauf und ich glaube, das interessiert wirklich sehr, sehr viele, die zu hören. Also, Carina schreibt, juhu, ich habe mich sehr über den Podcast gefreut. Das freut uns, oder? Ja, sehr. Mal eine Frage. Vielleicht könnt ihr was dazu bringen. Mein Mann ist leider komplett anders als ich, denkt anders und beschäftigt sich null mit solchen Themen. Seine Erziehung ist typisch französisch. Sehr laut, schnell drohen und so weiter. Ich gehe oft dazwischen, was natürlich vor den Kindern auch nicht so cool ist, aber ich weiß auch irgendwie nicht, wie man das lösen kann. Habt ihr eine Idee? Haben wir. Haben wir, weil ich in Frankreich groß geworden bin. Ich bin nicht französisch stämmig, also ich komme aus einer deutschen Familie, aber ich bin mit der französischen Kultur sehr vertraut worden und die Franzosen haben landläufig eine sehr, sehr strenge bürgerliche Erziehung, die auch noch bis vor zehn Jahren regelhaft mit der Prügelstrafe abgesichert wurde. Also in Frankreich gab es bis vor kurzem noch im Supermarktregal den sogenannten Martinet. Das war eine Lederpeitsche, mit der man Kinder gezüchtigt hat. Ehrlich? Die gab es freiverkäuflich, das ist kein Witz. Bis vor kurzem? Bis vor kurzem. Bis vor zehn Jahren. Also es könnte theoretisch auch sogar heute noch sein. Also das Schattiment korporell, die Prügelstrafe ist noch nicht allzu lang abgeschafft und die Franzosen haben, also gerade das französische Bürgertum hat eine sehr, sehr strenge Erziehung. Und ich weiß noch, ich war vor einem Jahr mit meiner Neffaz Bayern, mit meiner Frau im Urlaub und wir waren in einer Pizzeria und plötzlich habe ich gesehen, wie meine Frau die Gesichtsfarbe wechselt und mich fragt, was am Nachbartisch los ist, weil die Kinder am Tisch sitzen würden wie verängstigte Zinnsoldaten. Und das war so ein typisches Phänomen französischer bürgerlicher Erziehung. Die Kinder sind am Tisch dazu angehalten worden, ganz bürgerlich den Rücken durchzudrücken, gerade zu sitzen, keinen Quatsch zu machen. Und es ist richtig im Kasernton erzogen worden. Das ist der Wahnsinn, wie unterschiedlich die Kulturen da voranschreiten, was eine moderne Erziehung oder Beziehung angeht. Also würden wir einen Blick in die USA werfen, würden wir sehen, dass die uns ein ganzes Stück voraus sind, was das angeht. Zum Beispiel von den USA habe ich gar keine Ahnung, da könntest du mich sicherlich erhellen. Ich verstehe aber auch eigentlich nicht, warum das bei den Franzosen ist, weil die Franzosen haben wie wir 68 gehabt und die haben eine 68er-Generation gehabt. Aber ich verstehe bis heute eigentlich nicht, habe ich mir auch nie Gedanken darüber gemacht, warum die bis zum Schluss in Bürgerkreisen eine sehr autoritäre Erziehung haben, aber die Beobachtung, die die Hörerin geschrieben hat, ist zutreffend. Also was die beschreibt, würde ich hundertprozentig unterschreiben. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch mehr Not herrscht zur Funktionalität. Also Mütter müssen da sehr viel früher, oder gehen es in der breiten Masse, sehr viel früher arbeiten. In Frankreich gibt es keinen Erziehungsurlaub. Also da gibt es sechs Wochen danach und dann ist... Genau, es geht schnell mit Grippe und... Ja, Grippe, Kinder werden früh abgegeben. Und man muss immer noch dazu sagen, ich bin ja wirklich Frankreich emotional sehr verbunden, aber Frankreich ist auch das Land in Europa zeitweise mit dem höchsten Antidepressiva-Verbrauch. Also ich würde sagen, dass ganz viele französische Nachbarn einfach durch die frühe Abgabe der Kinder... Also werden Kinder nach sechs Wochen eigentlich in die Crash abgegeben, in die Grippe abgegeben. Und da glaube ich schon ganz oft, dass es da schon auch zu Bindungsproblemen kommt, die man auch sieht. Und die Franzosen haben auch kein psychotherapeutisches Versorgungssystem. Das gibt es in Frankreich nicht. Ja, da raufst du dir immer die nicht vorhandenen Haare, ne? Genau. Ja. Also wirklich, das ist eine andere Situation. Das sieht da wirklich schlimmer aus. Nochmal schlimmer als bei uns. Genau. Und sie ist bei uns schon ziemlich disolat. Also kann man nicht anders sagen. Also wir haben das beste nach Holland, das beste psychotherapeutische Versorgungssystem. Sag nochmal, wie viele Traumatherapeuten haben wir? Also Stand letztemals 1400. Es kann aber sein, dass sich jetzt die Zahl ein bisschen geändert hat. Von wie vielen Psychotherapeuten? 40.000. Während sehr viele psychische Erkrankungen am Ende auf Trauma zurückgehen. Genau. Also man kann ja rechnen, von 100 Menschen sind ungefähr 8 bis 10 schwerst traumatisiert. Also man könnte fast sagen, jeder Zehnte, manche Zahlen sagen in jeder Grundschulsklasse zwischen 3 und 5. Also es sind massive Zahlen. Schwerst traumatisiert. Ja. Und sind wir im Bereich der komplexen posttraumatischen Versorgung? Der komplexen PDPS mit sexualisierter Gewalt und physischer Gewalt. Okay. Und wenn wir jetzt an der Stelle noch anfangen würden, Angststörungen und Depressionen zu Ende zu denken, machen wir jetzt nicht, aber war mal ein kurzer Ausflug. Also Behandlungslage in Frankreich noch schlimmer als in Deutschland. Und in Deutschland ist es wirklich schon zum Beinen. Genau. Also, ja. So, jetzt haben wir festgestellt. Wir verlassen die Route. Wir haben festgestellt. Es ist so, die Frau hat recht, die Hörerin hat recht, aber was kann sie jetzt machen? Also, unabhängig davon, ob ihr Mann Franzose ist oder nicht, ist das etwas, was ich ohne da jetzt, das wäre wieder nur Augenintegral, wirklich häufig, häufig, häufig beobachte in Paaren, die uns finden oder in Müttern, die uns finden, weil die Väter sich eben nicht dazu durchringen können, teilzuhaben und sich mit etwas Neuem auseinanderzusetzen. Ist, glaube ich, auch mittlerweile, also ich kenne jetzt deine Arbeit auch schon lange, ist, glaube ich, auch eine gekonnte Form der Schmerzvermeidung. Ja, voll. Also, ich glaube halt, dass einfach, die Mädels sind eher früher bereit, ihrem Schicksal ins Gesicht zu gucken oder die Not ist größer, die Jungs warten ein bisschen länger. Ja, also solange es sich vermeiden lässt, vermeiden es einfach. Viele Menschen gerne, Frauen sind da, was die Bindungsthemen und so weiter angeht, einfach näher dran als Männer. Das ist tatsächlich ja noch immer so. Also, es ist ein häufiges Phänomen, das wir beobachten, dass Männer sich da mehr rausziehen und dass Frauen dann sagen, okay, aber es führt immer wieder zu Konflikten oder was kann ich denn tun, um ihn davon zu überzeugen oder ihn mit ins Boot zu kriegen oder wenigstens ins Gespräch zu kommen. Und das ist eine wirklich undankbare Lage. Also, die ist echt stressig. Das macht zu Hause Stress. Also, wenn wir uns vorstellen, drei Leute sitzen auf der Couch und sie leben nicht in diesem Stück gemeinsamer Welt, das friedlich ist und das sie sich eigentlich für eine gemeinsame Zukunft wünschen, dann ist das anstrengend und traurig. Also, ich habe gerade eben wirklich tatsächlich gedacht, wie lösen wir jetzt das Problem? Also, wie geben wir der Frau auch eine schlaue Antwort auf die Frage? Und ich wollte den Ball eigentlich zu dir zurückspielen und sagen, wie würdest du das denn eigentlich machen? und habe mir dann zwischenzeitlich überlegt, wie würde ich das probieren, wenn ich jetzt therapeutisch gefragt werden würde. Und gelöst kriegt man das eigentlich nur, und da muss man aber auch schon Glück haben, dass man dem Betreffenden, der so ein Verhalten an den Tag legt, seinen Schmerzspiegel, den er als Kind gehabt hat. Ja, also die Eltern, mit denen ich spreche, die würden dann jetzt sagen, den Schmerz, den kriegen die täglich, weil die werden dauernd getriggert von ihren Kindern. Das ist ja, also der Ablauf ist ja ganz häufig so, Kind triggert, ein Elternteil wird wütend und es gibt keine Mittel, es gibt kein Werkzeug, um darauf zu reagieren. Also wird ein bisschen Druck erhöht, vielleicht wird gestraft. Das kostet Beziehung. Das ist der gängige Weg. Wenn ich meine Bubble verlasse, ist das noch immer das, was in Familien stattfindet. Unabhängig davon, ob einer französisch erzieht oder griechisch oder serbokratisch. Ja, es geht ja einfach um autoritäre Erziehung. Es ist autoritär, genau. Genau. Der systemische Blick, der tut dann schon was aus Systemen. Genau, also ich würde halt sagen, es ist halt einfach, die Leute, die autoritär erziehen, haben ja meistens auch eine autoritäre Erziehung genossen, mussten ihren Schmerz, den sie als Kind haben, abspalten. Ja. Und versuchen natürlich, diesen Schmerz auch zu vermeiden. Ja, klar. Weil was steckt denn in der Erkenntnis drin? Also ich bin autoritär erzogen worden, mein Vater war immer streng, hat mich angeschrien. Dann muss ich die Beziehung zu meinem Vater neu bewerten, ich muss die Beziehung zu meiner Kindheit neu bewerten und ich muss die Not erkennen, die ich als Kind gehabt habe. Und das klingt nach einer unüberwindbaren Hürde. Also da setzt ganz viel Hilflosigkeit ein. Also diese Schmerzvermeidung, das ist ja überhaupt nicht bewusst. Genau. Was bewusst ist, ich bin hilflos, ich will, dass das aufhört. Ja. Und das geht dann an den Absender, ans Kind. Ich muss gerade lachen eigentlich. Du bist eine konstante, mit der Kinderflüsterei eine konstante Bewusstmacherin. Ja, voll. Dein Job ist eigentlich, Leuten ihren Schmerz zu bewusen. Mitzulegen. Ja, genau. Manchmal mit mehr oder weniger Begeisterung, die da zurückkommt. Also wir hören es wirklich oft. Und es ist die gute und die schlechte Nachricht gleichzeitig, glaube ich, dass es keinen Weg gibt, jemandem bewusst zu machen, dass da was liegt, was er sich anschauen sollte. Wir können das nicht, auch nicht, wenn es unser Partner ist. Wir können das nicht im Anderen erreichen. Das ist nicht möglich. Also die Vermeidung wegmachen. Also entweder er kennt die Vermeidung selber. Ja. Oder er zahlt halt einen hohen Preis. Es gibt halt Leute, die zahlen den Preis halt auch, indem sie sich immer wieder scheiden lassen. Also die nehmen den Beziehungsabbruch eher hin, als ihren eigenen Schmerz anzugucken. Aber auch häufig ist es ja auch so, dass über so eine Reibung, dass auch selbst Menschen, die aus so autoritären Systemen kommen, wenn Erziehungssystemen sich auch Partner oft suchen, die dann liberaler sind, in der Hoffnung, dass auch ein eigener Erkenntnisprozess losgetreten wird. Also eine Beziehung ist ja auch immer eine Chance. Das haben wir, glaube ich, irgendwann mal besprochen. Also Partner teilen sich sehr oft den ähnlichen Schmerz mit sehr konträren Strategien damit umzugehen. Was tatsächlich hilft und was so das einzige kleine Werkzeug ist, das wir dann haben, ist eben der systemische Blick. Also jede Veränderung auf einen Teil des Systems, das heißt systemisch, hat Auswirkungen auf das ganze System. Und wenn du als Mutter oder Vater, also die Rolle gibt es natürlich auch umgekehrt, ganz klar, in eine Veränderung kommst, dann hat das Auswirkungen auf die Familie. Zum einen vergrößert sich diese Spannung, also dieses Spannungsfeld wird einfach größer. Zum anderen gibt es aber dem anderen die Möglichkeit zu erkennen, wie es auch geht. Und je weniger wir als der Elternteil, der da vielleicht einen neuen Weg geht, darauf angewiesen sind, dass der andere hinterherkommt, desto mehr Raum hat der, um sich damit auseinanderzusetzen. Also ich mache um zu oder ich mache irgendwas in meinem Leben, eine Entwicklung, damit der andere oder so dieses Denken implizit, das würde ich so nie machen, weil meistens passiert das ganz automatisch. Man macht was für sich und irgendwann kommt der andere mit, oder nicht. Und dieses, also ich gehe zur Therapie, um meinen Partner zu ändern, das ist ja immer ganz dubios. Ja, aber auch im Sinne von, also es ist ja eine permanente Konfliktsituation. Also wenn ich nicht will, dass mein Kind angeschrien wird oder dass mein Partner Grenzen wahrt, das ist ja völlig austauschbar, dann, also externalisiere ich ja auch so ein bisschen die Verantwortung für meine Gefühle an meinem Partner nach dem Motto, würde er nur seine Grenzen wahren oder würde er nur Konflikte klären oder würde er nur weniger autoritär sein, dann würde es uns ja besser gehen. Dann müsste ich ja unter Umständen keine Konsequenzen daraus ziehen, irgendwann. Ich habe das jetzt systemisch auch anders gedacht. Die Frage ist ja auch, warum hole ich einen Partner oder bin mit einem Partner zusammen, der permanent autoritär ist? Was ist eigentlich der Benefit für mich dabei? Und? Ich bin noch nicht drauf gekommen. Ich überlege gerade, wie das aussehen könnte. Warum bin ich mit jemandem zusammen, der autoritärer ist und der das macht? Und was ist mein Teil an der Autorität? Also ich fabuliere jetzt einfach mal. Das heißt noch nicht, dass es so ist. Das heißt, wenn ich mit jemandem zusammen bin, der autoritär erzieht, kann es sein, dass ich das mache, weil ich selber Angst habe, irgendwie überhaupt autoritär aufzutreten. Also ich nutze den anderen, um irgendwas zu machen, was mir nicht passt. Wäre eine Variante. Ich erkenne das Leid im anderen, das hinter seiner autoritären Erziehung steht. Ja, das meinem so ähnlich ist. Da gehe ich mit. Es ist schade, dass ihr sein Gesicht nicht seht. Schritt 1 hat dir jetzt nicht gepasst. Manchmal lassen die auch Leute absichtlich den anderen Bettkopf sein, weil sie selber nicht sein wollen. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Aber dann wäre die Not nicht so groß, das Dilemma auflösen zu wollen. Also es ist ja wirklich mehr so, gerade auch in der Frage der Hörerin, also was kann ich denn tun, damit wir uns da annähern? Und wenn mir, also ich glaube, es ist wichtig für sie, dass sie sich darüber im Klaren ist, dass er gute Gründe hat, diesen Schmerz zu vermeiden. Er hat nämlich Angst. Ja, klar. Ganz furchtbar Angst. Genau. Und da ist so viel Hilflosigkeit und Ohnmacht gespeichert, die ein Kind dann immer wieder triggert. Und während Sie als Hörerin vielleicht oder als Mutter dann andere Wege wählt, Bewusstsein und Auseinandersetzung und vielleicht auch Biografie aufarbeiten, ist das einfach nicht nach jedermanns Geschmack. Noch nicht. Genau. Das ist hart. Absolut. Aber ich traue Kindern vollkommen zu, mit zwei unterschiedlich begleitenden oder erziehenden Elternteilen klarzukommen. Ja, klar. Ja, das sagst du so. Also ganz oft ist das nicht so. Also ich bin auch eher der Gutkopp zu Hause. Also ich bin, glaube ich, so, also ich bin eigentlich immer so ein bisschen so der Gutmütige zu Hause. Also ich bin manchmal, also ich bin manchmal sogar tatsächlich, vielleicht habe ich das Beispiel auch genannt, weil meine Frau daheim wahrscheinlich durchaus ein bisschen strenger ist als ich. Und ich glaube, ich kann gar nicht so richtig streng sein und irgendwas. Also ich glaube, das verteilt jeder so, wie er will. Solange, es ist halt immer, man muss halt überlegen, warum er was macht und warum er was irgendwann nicht macht. Also an der Stelle ist es, glaube ich, einfach nochmal wichtig, also ich höre dann sehr oft, dass Mütter dann die Befürchtung haben, dass es dem Kind schadet, wenn der Partner so mit dem Kind umgeht. Und das ist eine heikle Situation zu unterscheiden. Fügt das wirklich Schaden zu? Also muss ich da wirklich handeln? Muss ich intervenieren? Also hat das dauerhaft, also wir leben in einer viel bewussteren Elterngeneration, hat das langfristig wirklich negative Auswirkungen auf mein Kind? Oder fürchte ich, dass das so ist? Fürchte ich, dass mein Partner eine Gefahr für mein Kind darstellt? Ja gut, wir haben ja immer noch, also das muss man wirklich sagen, also wir haben ja immer noch die Kriterien der Kindeswohlgefährdung. Also das muss man sich ganz realistisch sagen. Also ich habe, bevor ich Psychotherapeut war, habe ich zeitlang darüber nachgedacht, Familienbegutachtung zu machen. Ich habe die ganzen Lehrgänge über Kindeswohlgefährdung gemacht und das ist schon ein anderes Kaliber. Also Kindeswohlgefährdung liegt dann vor, bei wirklich schweren, lang anhaltenden Misshandlungen, nicht kindgerechten Verhalten, das geht los bei vermüllten Wohnungen. Also in dem Segment, wo einer immer eher autoritätär auftritt und strenger Ansagen macht und ein bisschen unerbittlich ist und der andere eher weich, sind wir noch nicht im Rahmen der Kindeswohlgefährdung. Also Kindeswohlgefährdung ist eine große Nummer. Aber wir sind trotzdem immer auch in dem Bereich, wo man was optimieren kann. Also wir setzen jetzt nicht den untersten Standard. Als Standard. Als Standard. Du sagst es. Aber es ist auch wieder eine, weil ich habe auch bei unserem letzten Podcast daran gedacht, weil die Eltern, die uns zuhören, die verfallen dann direkt, die sagen, ich habe alles falsch gemacht und das ist ja nicht so. Also ich muss die Bodenlinie zu zitieren, um zu sagen, nee. Nee, also schau, wo du dich bewegst. Schaut, wie ihr euch weiterentwickelt, nehmt das Ding als Wachstumschance, aber bleibt auch mit zwei Füßen auf dem Teppich. Es ist halt kein Fall fürs Jugendamt. Ja. Also meine Mutter hat nicht so viele schlaue Dinge gesagt, aber sie hat gesagt, orientiere dich nicht nach unten. Aber in dem Fall ist die Bodenlinie schon relevant. Gebe ich dir recht. Also mehrere Faktoren. Ich glaube, zum einen müssen wir wirklich unterscheiden, wo fürchte ich eine Gefahr für mein Kind und wo ist eine tatsächliche Gefahr für mein Kind. Und da auch nochmal den Bogen zu dem, was wir hier tun. Also wir schaffen noch mehr Bewusstsein für Eltern, die andere Wege gehen wollen. Das ist klar, dass wir Partner haben, die das noch nicht können, die da noch nicht vorangehen, die sich vielleicht da querstellen, aus guten Gründen, für sie gute Gründe. Das ist alles Teil des Spiels in dieser Generation Eltern. Das ist haarig. Aber was wir, und das wäre der zweite Punkt, was wir unseren Kindern wirklich zutrauen müssen, ist, dass sie damit zurechtkommen. Es geht nicht darum, ihnen alles aus dem Weg zu schaffen und optimale Bedingungen, auch wenn wir uns das wünschen, zu präsentieren. Also sie hätten gar nichts davon. Also es ist auch ein bisschen Resilienz fördernd. Ich glaube auch, wenn wir beim Thema Resilienz sind, also ich behandle ja als Traumatherapeut wirklich Menschen, denen Schlimmes, Schweres über Jahre angetan worden ist. Und ich bin immer wieder fasziniert davon, wie viel Schlimmes ein Mensch wegstecken kann und ein gutes und geglücktes Leben aufbauen kann und haben. Also ich bin wirklich, Traumatherapie ist eigentlich im Endeffekt keine hoffnungslose Geschichte. Und deshalb ist es auch, wenn man gerade der Meinung ist als Eltern, ja, mein Partner ist so ein Raubauts, der kommandiert immer nur darum, Kinder, Menschen können viel ab. Und die wenigsten gehen eigentlich wirklich schwer und nachhaltig kaputt, wenn man sie richtig neu behandelt. Also es ist wirklich, also man muss ein gutes Bewusstsein für alles haben, genau hingucken. Aber man soll auch keine Angst haben, dass mit einem falschen Wort, einem verweigerten Bonbon oder einmal nicht Zähne geputzt, alles kaputt ist. Nein, genau so nicht. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Und wenn es hart kommt, dann dem Kind auch wirklich vermitteln, es gibt ja selten Handlungsanweisungen, aber dann auch wirklich ausdrücken, hey, das würden wir uns jetzt anders wünschen vom Papa, aber er kann es gerade nicht besser. Genau. Das klärt ein bisschen die Situation. Genau. Und das zeigt, dass beide Wahrnehmungen nebeneinander existieren dürfen. Das ist nicht okay, aber es geht gerade nicht besser. Genau. Und das ist so, glaube ich, so der Ansatzpunkt. Und meistens ist es ja auch so, weil das Gespiegeltwerden von den Kindern lernt man ja auch seine eigene Not kennen. Genau. Genau. Aber er muss die Wahl haben, sich das anzuschauen. Genau. Gut. Gut. Tolle Frage. Danke dafür. Ja, vielen Dank. Und das war es auch schon mit dieser Folge. Hab's gut. Ja, alles Liebe. Danke. 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 Danke.